Hallo und herzlich willkommen zu dieser Lehrveranstaltung mit dem etwas komplizierten Namen. Funktionale und objektorientierte Programmierkonzepte. In Zukunft nur noch FOP oder FOB. Mein Name ist Carsten Weyhe, ich bin Professor im Fachbereich Informatik der TU Darmstadt und ich werde diese Lehrveranstaltung im kommenden Semester ausrichten. Ich habe Ihnen in diesem Video ein paar Folien mitgebracht, auf denen alles Notwendige steht, alles Wichtige steht, was Sie für Ihren gelungenen Start in die FOB benötigen. Diese Folien, die Sie auch schriftlich bekommen, die müssen Sie unbedingt sehr genau anschauen, sich sehr genau anhören, was ich dazu sage, sehr genau hinterher nochmal durcharbeiten und dann auch bitteschön beherzigen und umsetzen. Aber vorab noch eine kleine Bitte um Nachsicht. Das Homeoffice ist kein Tonstudio. Die Schalldämpfung der Räumlichkeiten ist nicht wie im Tonstudio und die Technik ist auch nicht so wie im Tonstudio. Und wir haben auch angesichts der Umstände nicht die Zeit, wie man sie in einem Tonstudio für eine professionelle Aufnahme verwenden würde. Und nun wie angekündigt zu den Folien. Die FOB ist extrem eng gepackt mit sehr vielen sehr wichtigen Themen. Deshalb müssen wir den Übungsbetrieb schon in der ersten Woche praktisch von 0 auf 100 hochfahren. Damit Sie nicht abgehängt werden, müssen Sie also sofort die Dinge, die Sie hier in dem Video sehen, angehen und dann auch sehr zügig erledigen. Für die FOB gibt es nur eine einzige Adresse im Internet. Das ist das Lernportal des Fachbereichs Informatik der TU Darmstadt. Oben sehen Sie die Internetadresse des Lernportals Informatik, moodle.informatik.du-darmstadt.de. Das ist nicht zu verwechseln mit der TU-weiten Installation von moodle, deren Internetadresse Sie unten ausgestrichen sehen. Sobald Sie Ihre TU-ID haben, können Sie hier mit dem Lernportal Informatik loslegen. Das ist die Startseite, wo Sie halt hinkommen, wenn Sie diese Internetadresse eingeben. Um sich einzuloggen, müssen Sie oben rechts auf Login drücken. Dann kommen Sie noch auf eine Zwischenseite, die Sie hier sehen, wo es mehrere Möglichkeiten zum Einloggen gibt. Sie drücken auf den Knopf mit der Athene drauf. Und damit kommen Sie dann auf einer Seite, wo Sie sich mit TU-ID und zu gehörigem Passwort einloggen können. Wenn Sie eingeloggt sind, können Sie sich in Kurse einschreiben. Das ist der Kurs, nach dem Sie suchen müssen für die FOB. Setzeinschreibung ist aktiviert. Das heißt, Sie schreiben sich einfach ein und fertig. Im Moodle-Kurs ziemlich weit oben finden Sie diese beiden Fragen, die Sie sofort beantworten, damit wir sie so bald wie möglich abholen können, da wo sie stehen. Ebenfalls sofort hinterlegen Sie eine E-Mail-Adresse in Ihrem Moodle-Profil, denn sonst können wir sie ja gar nicht erreichen. Da wir sie voraussichtlich hin und wieder auch mal sehr eilig, sehr dringlich erreichen müssen, lesen Sie diese E-Mail-Adresse bitte mindestens einmal am Tag. Ihre Matrikelnummer brauchen wir später zur Verbuchung Ihrer Leistungen. Das hat noch Zeit zu warten, bis Sie auf dem Hausaufgabenblatt Nr. 0 dann einen Punkt dafür bekommen können. Nochmal, sicherheitshalber permanent am Ball bleiben. Mindestens einmal pro Tag E-Mail lesen und sich mindestens einmal pro Woche nochmal vergewissern, ob Sie nichts übersehen haben. Vom heutigen Tag an können Sie die FOP mit der Klausur hoffentlich erfolgreich abgeschlossen haben werden. Ihr Terminplan an der Universität wird komplizierter sein als in der Schule, wo Sie ja nur einen wöchentlich wiederkehrenden Stundenplan haben. Das heißt, Sie werden sich früher oder später mit irgendeiner Art von Kalender-Tool anfreuen müssen. Am besten gleich, um dafür zu sorgen, dass Sie nicht immer selbst dran denken müssen, jeden Tag E-Mail zu lesen, jede Woche einmal Ankündigung, sondern dass Ihnen das bequem einfach als Mitteilung dann geschickt wird. Das Ganze funktioniert aber nur, wenn Sie tatsächlich professionell damit umgehen. Das heißt, solange eine Aufgabe noch nicht erledigt ist, bleibt sie im Status unerledigt. Wenn Sie Moodle-Kurs sofort herumstöbern, werden Sie feststellen, dass alles, was für den Erfolg in der FOP gebraucht wird, tatsächlich schon vorhanden ist. In Form von schriftlichen Unterlagen, teilweise auch in Form von Videos zusätzlich zu den schriftlichen Unterlagen. Tatsächlich gibt es auch viele Studierende, denen diese Inhalte des Moodle-Kurses reichen, um die FOP erfolgreich zu bestehen. Aber der entscheidende Punkt, den ich Ihnen am Ende des Videos mitgeben möchte, ist, Sie brauchen keine Sorge zu haben, dass wir Sie damit allein lassen, sondern ganz im Gegenteil, wir wollen Sie dort abholen, wo Sie persönlich individuell stehen, mit Ihren vorhandenen oder gar nicht vorhandenen Vorkenntnissen, mit Ihrem vorhandenen oder gar nicht vorhandenen Equipment im Homeoffice in Form von individueller Live-Betreuung durch unsere Tutoren und Tutorinnen in individuell 1 zu 1 Betreuung oder auch im Team oder auch zu festgelegten Zeiten in Sprechstunden, aber auch in Foren und mit E-Mails können Sie Ihre Fragen und Ihre Anmerkungen machen. Aus organisatorischen und technischen Gründen haben wir uns entschieden, Vorlesungen und ähnliches nicht live zu streamen, nicht zu festen Terminen anzubieten, sondern alles, was Sie von uns bekommen an Videoaufzeichnungen und Audioaufzeichnungen, ist schon jetzt vorhanden bzw. wird rechtzeitig, bevor es notwendig ist, vorhanden sein. Damit möchte ich dieses Video beschließen und freue mich, wenn Sie zu uns kommen. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020